Alles, was am Fahrzeug leuchtet und blinkt, ist von uns und wird hier am Standort in Dienstland produziert. Wir entwickeln und produzieren und vertreiben Sondersignalanlagen und allerhand Zubehör für Einsatzfahrzeuge und generelle Sonderfahrzeuge. Im Speziellen geht es darum, dass wir eine Sondersignalanlage für die Polizei Österreich entwickelt und konzipiert haben, die genau auf die Ansprüche ausgelegt ist, die die Polizei Österreich hat. Dieses Konzept sieht so aus, dass wir unsere Produkte in mehr als einen Lebenszyklus schicken. Denn ein Einsatzfahrzeug, in diesem Fall ein Polizeifahrzeug, nach drei Jahren oder nach einer speziellen Kilometerleistung ist das Auto relativ fertig. Aber unsere Anlage, die könnte noch länger. Wir haben ein spezielles Konzept für den Kunden entwickelt, wo wir die Anlagen in größeren Kartonagen, in größeren Einheiten direkt zum Kunden senden können. Die Kartonage kann dann vom Kunden wieder auseinandergebaut werden und platzsparend eingelagert werden. Nach einem Zyklus von drei Jahren kann der Karton dann wiederum vom Kunden wieder aufgebaut werden und an uns zurückgesendet werden. Wir bauen die Anlage dann dementsprechend wieder auseinander, prüfen alle Produkte, reinigen die Produkte. Das heißt Aluminium oder dergleichen, Leiterkarten und viele Dinge werden nochmals eingesetzt. Weil wir von der Qualität zu 100 Prozent überzeugt sind, können diese Produkte halt immer wieder eingesetzt werden. Das ist natürlich etwas, wo wir schauen möchten, ob wir das in Zukunft auch bei mehr Kunden noch reinbringen können. Denn Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite der Kostenfaktor. Das ist ein interessantes Konzept für unsere Partner als auch für uns.